Vielleicht fängst du einfach mit einem Scherenaufsprung an, dann sehen wir weiter. Schere. Oder zwei Takte halbe Mühle. Mühle? Ein einfacher Scheibenwischer. Was genau ist unklar? Schere, Mühle, Scheibenwischer. Und was genau weißt du über das Trickreiten? Nichts. Wie jetzt. Trickreiten ist eigentlich die Reitkunst der Kosakenkrieger. Jeder Trick war Teil ihrer Kampfkunst. Auf und Abspringen aus vollem Galopp. Verkehrt rum sitzen, um Verfolger im Blick zu haben. Und den Gegner vom Pferd aus entwaffnen. Hey! Du und Ari, ihr seid verbunden. Du sagst, Ostwind habe dich gerufen in diesem Traum. Das war Ari. Sie hat nicht immer die Kraft, allein das Richtige zu tun. Ariel! Bereit für den zweiten Durchlauf? Meine Damen und Herren, der Unvergessliche, der Unvergleichliche, der große Orkan! Gänsehaut. Okay. Ah! Ah! Nein! Der nächste Auftritt ist sein letzter. Ah! Mika! 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 Wo steckt Ari? Er sieht wirklich aus wie Orkan. Wir tauschen sie aus! Mika! Was ist das hier? Ein Zirkus? Ostwind! Mika! Showreiten ist deine Bestimmung. Euer Streit hat Ostwind zu leisten. Das ist das, was du spürst. Ich träume. Nee. Jetzt nicht mehr. Wir brauchen deine Hilfe, Sam.